Guten Tag, mein Name ist August Wilhelm Scheer. Ich habe ein neues Buch geschrieben und zwar mit dem Titel Unternehmung 4.0 vom disruptiven Geschäftsmodell zur Automatisierung der Geschäftsprozesse. Warum ein solches Buch? Ich habe auch schon andere Bücher geschrieben und es gibt generell auf dem Markt sehr viele Bücher zur Digitalisierung. Aber ich habe versucht, die Erfahrungen, die ich im letzten Jahr selbst gesammelt habe, einmal als Wissenschaftler, aber auch als Unternehmer, der Unternehmen steuert, die eben sich auf diesem Feld bewegen, um daraus jetzt eben auch Erfahrungen zu sammeln, um Unternehmen zu helfen, ihre eigenen Geschäftsmodelle zu finden und auch mit neuen Technologien die erforderlichen Geschäftsprozesse zu definieren und anschließend auch umzusetzen. So, dieses Buch umfasst mehr als 200 Seiten, die kann ich heute hier nicht erzählen. Deswegen werde ich einzelne Kapitel hier herausgreifen und ich beginne jetzt mit dem ersten Kapitel, wo es darum geht, grundsätzlich einmal zu zeigen, warum sich Geschäftsmodelle auch verändert haben. Wir haben hier ein Beispiel, das vielleicht auch viele kennen bereits, wie sich das Fotografieren durch die digitalen Technologien nun wirklich dramatisch verändert hat. Früher in der analogen Welt brauchte man eine Kamera, man musste einen Film besorgen, der wurde anschließend entwickelt. Wenn man Kopien verschicken wollte, musste man neue Kopien anfertigen, man musste einen Brief besorgen, man musste zur Post gehen. Also ein fürchterlich langer Prozess, der mit großen zeitlichen Unterbrechungen hier ablief. Heute brauchen wir keine Kamera, wir haben ein iPhone oder ein ähnliches Gerät und das kann sofort die Aufnahmen machen, brauchen nichts mehr zu entwickeln. Wir können per Klick die Kopien in alle Welt schicken. Die Unternehmen, die früher in der analogen Welt vorhanden waren, sind heute verschwunden. Das typische Beispiel dafür ist immer das Weltunternehmen Kodak, was mit 70.000 Mitarbeitern wirklich dieses alte Geschäftsmodell beherrscht hat und anschließend pleite gegangen sind. Und andere Unternehmen wie Instagram sind in der digitalen Welt aus der Garage gekommen und sind heute zu Weltunternehmen geworden. So und jetzt müssen wir hinter die Prinzipien gucken, die nun die analoge Welt in eine digitale Welt transformieren. Und da möchte ich jetzt zwei oder drei einmal vorstellen. Das erste Prinzip ist, dass viele Geschäftsmodelle auf dem Prinzip der Individualisierung oder Personalisierung aufbauen. Das heißt, wir haben hier einen Erfolgstreiber, der dafür sorgt, dass Produkte und Dienstleistungen stärker an die individuellen Anforderungen und Wünsche des Kunden angepasst werden. Sie kennen das sicher von den Google News, dass man dort eben auch konfigurieren kann, welche Informationen man als erstes bekommen möchte. Ist es Sport, ist es Politik, ist es Kultur? Also individuell wird den Prioritäten des Konsumenten hier gefolgt. Wir sprechen heute beim E-Learning von der Individualisierung der Lehre. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine lernt schnell, der andere lernt etwas langsamer. Der eine lernt mehr von Texten, der nächste mehr von Bildern, der dritte mehr von einem Vortrag. Und auch hier kann man eben die Lerninhalte individuell auf die Eigenschaften des Lernenden dann einstellen. Man kann die Lerngeschwindigkeit hier individuell anpassen und auch die einzelnen Lernformen. Man kann heute auch ortsunabhängig lernen. Auch dort kann man individuell auf den Einzelnen dann Rücksicht nehmen, ob er am Tag lernen will oder am Tag eben Taxi fahren will und dafür am Wochenende oder abends lernen will. Das setzt sich weiter fort, dass auch Produkte, materielle Produkte individuell gestaltet werden. Hier ist ein Beispiel von einem Start-up-Unternehmen, das auch hier im Rahmen des Sheer-Netzwerks angesiedelt ist, wo man eben Möbel, hier Regale, entsprechend den individuellen Eigenschaften und Anforderungen des Kunden jetzt ausrichten kann. Und der Laufschuh, der angepasst ist oder der Skischuh, der angepasst ist, das sind ja schon Standardartikel. Ein zweites Prinzip, nachdem man jetzt neue Geschäftsmodelle aufbauen kann, ist die Tatsache, dass immer mehr Objekte, aber auch Menschen sich selber steuern wollen. Das heißt, aus bestimmten hierarchischen Ebenen werden einzelne Ebenen herausgezogen und die Steuerungsfunktionen wandern nach unten. Ganz links sehen wir schon ein Beispiel, was charakteristisch sein soll für das Thema Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist ja die Automatisierung der Industrie. Und wenn eben die Maschinen wissen, was sie können und die Materialien wissen, was sie brauchen, dann braucht man nicht darüber noch Kontrolleben, Steuerungsebenen des Menschen, die nun eben Materialien den Maschinen zuweisen, sondern Materialien und Maschinen können das eben über eine Marktplatztechnologie dann selbst organisieren. Das heißt, die selbst steuernde Fabrik ist ja so die Vision, die hinter Industrie 4.0 steht. Aber auch im Haushalt haben wir ähnliche Möglichkeiten. Der sich selbst aufladende Kühlschrank ist ja schon in aller Munde und ist mittlerweile auch schon durch Produkte da. Warum soll ein Mensch noch einen Kühlschrank aufmachen, nachgucken, wie viele Eier noch in einer Packung sind, um dann festzustellen, dass dort ein Nachholbedarf ist oder ein Nachschubbedarf ist. Das kann der Kühlschrank auch selber, wenn er eben mitzählt, welche Eier aus einer Packung entnommen werden. Das selbstfahrende Auto, genau dasselbe Prinzip, warum soll es ein Chauffeur steuern? Wir wissen, dass der Mensch ja das schwächste Glied ist innerhalb der Verkehrsstatistik, wenn eben auch das Auto selber weiß, was es kann, selber weiß, wo es hin will und eben auch das ganze Umfeld durch bestimmte technische Eigenschaften auch selbst kontrollieren kann. Also auch dort wird eine Steuerungsebene dann herausgezogen und das Auto steuert sich eben selbst. Auch der Mensch möchte seine Gesundheit selbst steuern. Wir haben Variables in der Kleidung, wir können die Temperatur messen, wir können Puls messen, wir können Blutdruck messen und können damit selber auch unsere Gesundheit beeinflussen. Wir können vorbeugende Maßnahmen ergreifen, wir können diese Daten auch einem System der künstlichen Intelligenz zur Verfügung stellen, was uns dann Ratschläge gibt, wie wir uns verhalten sollen oder sogar hier hinterher Ratschläge gibt, um jetzt bestimmte Maßnahmen durchzuführen, um eine Krankheit hier zu heilen. Naja, und arbeiten wollen wir natürlich auch, so lange wie wir wollen, wo wir wollen, in welcher Form wir wollen, als Selbstständige, als Angestellte oder in Mischformen. Auch das sind Dinge, die jetzt durch das Internet kommen werden, durch die Digitalisierung und zu ganz neuen Arbeitsformen dann eben führen wollen. Ich möchte noch einen dritten Punkt nennen, der ebenfalls jetzt neue Geschäftsmodelle beeinflusst. Und das ist insbesondere auch im Bereich Handel, also in dem B2C-Geschäft, eine ganz wichtige Funktion. Wir sehen, dass das Internet nun sich zwischen einer Beziehung des Kunden zu seinem Lieferanten drängt. Einmal liefert das Internet mehr Transparenz. Sie kennen vielleicht auch schon die Situation, dass Sie in einer Boutique etwas gekauft haben, sind dann an der Kasse und vor Ihnen ist noch jemand, der jetzt eben sein Geschäft da abwickelt und sagt dann zu der Kassiererin, ja, wie teuer ist das denn eigentlich? Aber ich habe hier gerade im Internet gesehen, dass der gleiche Artikel hier bei einem im Versandhandel doch 10 Euro günstiger angeboten wird. Machen Sie da mit oder machen Sie nicht mit? Das heißt, plötzlich ist eben jetzt hier nicht mehr nur das Geschäft dort in dem Geschäft hier eingebunden, sondern praktisch die ganze Welt und der Kunde kann eben jetzt auch sehen, wo dieser Artikel in welcher Form jetzt auch angebunden wird. Und der Verkäufer kann darauf eingehen oder eben er ist dieses Geschäft los. Umgekehrt sehen wir aber auch, dass die Anbieter neue Möglichkeiten haben. Also die Boutique braucht nicht nur mehr den stationären Kundenstamm bedienen, sondern kann eben auch seine Produkte dann über das Internet anbieten. Also Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber noch wichtiger ist, dass neue Unternehmen entstehen, die sich direkt jetzt zwischen diese Kundenbeziehungen drängen. Das sind die sogenannten Plattformunternehmen. Die haben wir auch vorher schon gehabt. Zum Beispiel eine Bank vermittelt ja auch zwischen jemandem, der Geld anlegen will und jemandem, der jetzt hier Geld nachfragt. Und Börsen vermitteln eben auch zwischen jemandem, der etwas verkaufen will und jemandem, der etwas kaufen will. Also solche Plattformunternehmen, die jetzt solche Vermittlungstätigkeiten durchführen, sind nicht neu. Aber durch das Internet haben wir jetzt eine neue Welle von solchen Unternehmen hier ausgelöst. Facebook in der Vermittlung zwischen Kontakten zwischen Menschen oder in dem B2C-Bereich eben die bekannten Internetunternehmen im Handel. Viele dieser Unternehmen sind eben amerikanischer Herkunft, aber wir sehen auch, dass es in Europa oder in Deutschland eben auch solche Ansätze gegeben hat. Trotzdem sind eben die ersten Unternehmen, die man immer nennt, Unternehmen wie Amazon oder andere. Diese Unternehmen haben eine sehr starke Machtposition. Sie schreiben die Prozesse vor, nach denen jetzt diese Transaktionen zwischen Kunden und Lieferanten abgewickelt werden. Sie garantieren aber auch gewisse Qualitätsstandards und garantieren auch eine gewisse Sicherheit für den Kunden, wenn er über diese Plattform einen Kauf tätigt, nämlich dass diese Transaktion dann auch wohl richtig ausgeführt wird. Das heißt, wenn man etwas bestellt und bezahlt, dass man auch die Ware dann dafür auch in entsprechender Qualität erhält. Trotzdem sehen wir, dass wir dort große Marktveränderungen haben und große Machtverschiebungen haben, die eben jetzt durch die Digitalisierung hervorgerufen sind und die eben auch jetzt wirklich einen Begriff wie Revolution hier auch rechtfertigen. Nicht nur solche neuen Organisationskonzepte entstehen, sondern auch neue Techniken drängen in die Geschäftsbeziehungen ein. Eine Technik, die auch sehr stark diskutiert wird, ist die künstliche Intelligenz. Sie ist nicht neu, sondern es gibt sie schon seit 50, 60 Jahren. Nicht nur die Intelligenz gibt es, die menschliche Intelligenz gibt es ja schon wesentlich länger, aber den Begriff der künstlichen Intelligenz, dieser ist in der Mitte der 50er Jahre entstanden, teilweise mit großer Euphorie erst hier behandelt. Dann ist man enttäuscht worden, wie das eben entsprechend der Gartner-Kurve ja verläuft. Aber in den letzten Jahren ist dieses Thema doch wieder sehr stark nach vorne gehoben. Man hat erstaunliche Ergebnisse erzielt. Ein Mensch kann heute gegen einen Computer im Schach nicht mehr gewinnen, im Go-Spiel nicht mehr gewinnen. Wir haben große Fortschritte erzielt bei der Spracherkennung, bei der Übersetzung. Und diese Techniken gehen jetzt ebenfalls in neue Geschäftsmodelle hinein, dass eben auch die Verbindung zu dem Kunden über Sprache immer mehr ermöglicht wird und damit eben auch ein ganz neues User-Interface in die Kommunikation zwischen Kunden und Lieferanten hier eintreten will. Ich habe hier als Beispiel ein sogenanntes künstliches neuronales Netz herangezogen. Ich will das nicht weiter erklären. Dazu ist eben das Buch doch eine bessere Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen oder generell die Literatur zur künstlichen Intelligenz. Auch diese künstlichen neuronalen Netze sind keine neue Technologie. Auch die gibt es schon seit mehreren Dekaden. Hatte auch erst so eine euphorische Vision, aber dann anschließend ist es auch in eine Enttäuschung hineingekommen. Nun aber in den letzten Jahren mit großem Erfolg, wie eben die genannten Beispiele auch zeigen, hier wieder hervorgekommen. Amen. 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 Vielen Dank.